Moin und herzlich willkommen und heutiges Thema, warum GPTs besser sind als Plugins oder warum auch nicht. Lasst uns starten. Wie du sicherlich mitbekommen hast, hat ChatGPT, ich habe dazu ja auch schon ein Video gemacht, die ChatGPT Plugins gekillt, würde ich einmal sagen. Also diese werden bald ersetzt. Hier gab es auch noch einmal die Informationen dazu. Hier steht dann auch beispielsweise, wann das Ganze passiert. Also am 19. März, was ja nicht mehr lange hindet, 2024, wird die Erstellung von neuen Konversationen mit Plugins gestoppt und ab dem 9. April 2024 kann man auch nicht mehr alte Konversationen nutzen, wo drin dann die Plugins noch beispielsweise inhalten wurden. Das heißt, danach werden diese halt aktiviert, aber letztendlich kann man dort dann nicht mehr fortfahren. Darum ist es wichtig, dass du dich halt auch mit GPTs beschäftigst. Für mich haben die GPTs Vorteile, Nachteile und ich finde, einige Sachen wurden auch bisher dort teilweise falsch wiedergegeben. Lasst uns das Ganze einmal anschauen. Also, was mir bei den Plugins bisher sehr gut gefallen hat, ist, du konntest sie ja hier oben dann beispielsweise auswählen. Das heißt, wenn du einen neuen Chat gestartet hast, hier ganz wichtig der Hinweis, das gilt natürlich nur für die ChatGPT Plus-Member, also die Leute, die einen kostenpflichtigen ChatGPT-Account haben, können diese dann auch wirklich nutzen. Die anderen ja dort allerdings doch nicht oder konnten dies nicht tun. Bei den Plugins ist es so, dass du dann hier, wie gesagt, du kannst dann auswählen, ob du GPT 4 haben willst, GPT 3.5, was beispielsweise kostenlos ja für alle dort ist, oder ob du einmal die Plugins wählen kannst. Bei den Plugins konntest du dann bis zu drei Stück gleichzeitig wählen. Hier siehst du eins bis drei Enabled, also einen habe ich gerade hier ausgewählt, beispielsweise Webpilot. Hier siehst du dann einige andere, die ich hatte und die konntest du dann anklicken. Zu diesem Vor- oder Nachteil komme ich gleich nochmal. Und dann hattest du hier den Plugins Store. Was mir beim Plugins Store sehr gut gefallen hat, ist, im Gegensatz zu den GPTs, dass es hier eine Art Überprüfung gab, letztendlich. Also es war viel schwieriger, ein Plugin zu erstellen und einzureichen, als dass es beim GPT ist. Wie gesagt, aber auch hier Vor- und Nachteil. Also in erster Linie erstmal gut. Gut, was ich hier halt als Vorteil sehe, ist einfach die Übersichtlichkeit. Das heißt, dass du hier einfach eine viel geringere Menge abbilden musst. Das sind vielleicht dann tausend Plugins, was ja auch schon viel ist. Aber letztendlich, und du hattest dann das Ganze unter, nicht, beliebt, neu, alle und welche ich bisher installiert hatte. Und dann hast du noch Search Plugins gehabt. Aber du konntest diese auch wirklich dann, beispielsweise, wenn ich auf All gegangen bin, dann ist er dort raufgesprungen. Und dann konnte ich auch wirklich bis Seite 129 durchscrollen mit dem Ganzen. Also ich konnte mir wirklich alle angucken. Was ich hier nicht so gut fand, teilweise war es dann wirklich das Aufrufen. Also das heißt hier die Information der Ente. Ich hatte zwar dann beispielsweise noch eine Information über den Entwickler und beispielsweise eine Kontaktmöglichkeit. und konnte sehen, ob das Ganze installiert ist oder nicht. Aber letztendlich habe ich dann keine Bewertung oder irgendwie Feedback zu dem Ganzen gesehen. Da kommen wir gleich zu bei den GPTs. Das fand ich nicht so gut. Aber hier positiver Punkt auf jeden Fall, dass bei den Plugins eine einigermaßen gute Übersicht war und dass man sich alle angucken konnte. Also kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass man ja mehrere Plugins benutzen konnte. Das Gute war, dass wenn man dann damit kommuniziert hatte, beispielsweise in einem Chat, dann konnte man dann sagen, okay, jetzt nutze bitte, was weiß ich, VoxScript und jetzt nutze bitte Webpilot hierfür. Und dann hat er das Ganze gemacht und man musste nicht immer irgendwie switchen, also das Ganze wechseln, sondern konnte alles in einem Chat erledigen, was ja durchaus produktiv war. Hier herrscht bei manchen die Meinung, bei den GPTs ist das ja nicht der Fall, weil man ja immer nur ein GPT hat. Aber das stimmt allerdings nicht ganz und daher ist dies hier für mich kein Nachteil mehr oder Vorteil für die Plugins, sondern ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, was die GPTs haben. Also, bei den GPTs gefällt mir, hier gehst du beispielsweise unten auf Explore GPTs. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, erstmal zu dem Punkt, wie man eigene GPTs baut. Dazu habe ich schon einmal ein Video gemacht und ich mache noch weitere Videos dazu. Jetzt geht es wirklich einmal so ein bisschen abzuwägen, was haben denn die neuen GPTs für Vorteile oder wo könnte deren Chance liegen. Also, dann kommst du hier auf diese Übersicht, du hast die Möglichkeit dann beispielsweise, welche zu durchsuchen. Du siehst dann beispielsweise auch, welche ich als letztes genutzt habe und kannst dann halt welche durchsuchen. Hier ist dann aber das Ganze der Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Marketing gehe, dann werden mir welche angezeigt und ich kann hier auch runterscrollen und ich sehe auch, wie viele Kompensationen schon mit diesen gemacht wurden. Beispielsweise hier gab es schon über 25.000 Konversationen. Und wenn ich raufklicke, hier, das finde ich der Vorteil. Also, hier finde ich, ist der GPT-Ersteller viel besser und populärer, finde ich, platziert. Dann finde ich sehr cool, dass es ein Rating gibt und man auch sieht, wie viele Bewertungen bisher eingeflossen sind. Du siehst auch eine Platzierung in bestimmten Sachen, zum Beispiel hier der achte Platz in Research and Analysis Global, also weltweit. Und wie viel Konversation. Was auch cool ist, ist, dass du hier einen Conversation-Status hast. Also, das sind meistens bis zu vier Punkte, womit du beispielsweise den GPT starten kannst. Dann siehst du, welche Capabilities, also Fähigkeiten er nutzt. Das heißt, er hat die Datenanalyse, er kann mit DALI 3 jetzt mittlerweile Bilder generieren und er hat auch die Browsing-Funktion, also er kann auch im Internet surfen. Hier siehst du dann die unterschiedlichen Ratings. Was ich mir hier natürlich auch irgendwie gewünscht hätte später, wäre, wenn man auch ein wirkliches Feedback sieht, also auch schriftlich, also wirkliche Bewertungen, nicht nur einfach irgendwelche Sterne, die angeklickt wurden. Aber letztendlich hilft es dann schon bei der Entscheidung. Was auch schön ist, dass man dann beispielsweise sieht, welche GPTs hat der Ersteller noch alles erstellt, sofern sie öffentlich sind. Und dann hast du dann die Möglichkeit, hier auf Start Chat zu gehen. So, dann öffnet sich dieser und sobald du hier etwas reinschreibst, kommt er hier in deine Chatspalte. Hier ist gespeichert und oben siehst du dann beispielsweise den GPT in deiner Sidebar oder unter deinen genutzten GPTs. Wenn wir das später nochmal raufgehen, zeige ich dir das. Und hier kannst du ihm beispielsweise jetzt was fragen. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, dass du trotz all dem das Ganze hier auch noch nutzen kannst, dass ich dann zum Beispiel jemanden ein App machen kann. Also ich setze ein App-Zeichen, wie du es hier gesehen hast. So, und jetzt könnte ich quasi den Steuercoach mit da reinholen und dann siehst du hier Talking to Steuercoach. Ich könnte dann meine Anfrage machen, bin im gleichen Chat, frage aber meinen Steuercoach. Also hier beispielsweise zu Steuerfragen. Und erst, wenn ich das Ganze wieder rausnehme, spreche ich wieder komplett mit dem eigentlichen GPT, den ich geöffnet habe. Und das kannst du noch mit viel machen. Nachteil, wie gesagt, ist hier natürlich, du brauchst einen Überblick deiner GPTs, die du hast oder die du benötigst und die du nutzen möchtest, um hier ein Ad beispielsweise zu machen. Oder du könntest den Mathematiker-Generator-Verkauf-Übung beispielsweise bemühen. Und dann siehst du das Ganze hier, hast du eine Verlinkung zu Ihrem Talk, du Mathematiker-Generator-Verkauf-Übung. Und jetzt könntest du ihm Fragen stellen, obwohl du in dem Marketing-GPT dann beispielsweise bist. Also das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Und denke ich, ist auch absolut mittlerweile ein Argument für GPTs, weil du bist gar nicht mehr beschränkt auf drei. Du kannst noch viel mehr Konversationen in einem Chat führen als drei, die mit den Plugins möglich gewesen wären. Kommen wir zu einem Nachteil. Das ist mir bei meinen Lieblings-GPTs aufgefallen, die ich dann natürlich gesucht habe nach der Nachricht, dass die Plugins eingestellt wurden. Das ist beispielsweise Webpilot. Und wenn ich jetzt Webpilot eingebe, wirst du gleich sehen, was passiert. Du erkennst das natürlich an der Anzahl der Konversationen beispielsweise. Aber du siehst hier schon, du hast einen Webpilot hier. Du hast einen Webpilot hier mit 60 Konversationen. Und du hast einen Webpilot hier mit 90 Konversationen, die alle augenscheinlich ungefähr das gleiche Profilbild haben und die Farben nutzen. Und die auch teilweise dann fast die gleiche Schreibweise dann in dem Sinne nutzen. Oder hier sogar wirklich die identische. Teilweise bei VoxScript, zeige ich es dir gleich nochmal, gibt es auch noch eine andere. Und du siehst hier, wie viele es beispielsweise mit dem Namen Webpilot gibt. Und das finde ich halt leider nicht so schön. Das heißt, dass du natürlich extrem darauf achten musst, wenn du jetzt beispielsweise ein Plugin hattest, was du vorher genutzt hast. Oder wenn du vielleicht von jemandem hörst, der dir einen bestimmten GPT empfiehlt, den du einmal ausprobieren solltest. Und du dann diesen Namen eingibst, kann es durchaus sein, dass du bei einem anderen landest. Und jetzt auch hier heißt es nicht mehr unbedingt, dass der andere schlechter sein muss. Weil es ist einerseits relativ einfach, teilweise die Instruktionen, die für einen einzelnen GPT erstellt wurden, sage ich mal, auszulesen und dann für einen eigenen GPT zu nutzen. Aber das, finde ich halt, geht halt an einem gewissen Ehrenkodex dann natürlich auch vorbei. Weil jemand anders sich dann natürlich diese GPT-Instruktionen dann, sage ich mal, irgendwie unter den Nagel reißt und als Seinens verkauft. Und dann auch noch eventuell unter dem gleichen Namen und all diese Dinge. Und das finde ich halt nicht sehr schön. Wie gesagt, ein anderer Punkt ist, es gibt mittlerweile, ich kann ja auch nochmal kurz VoxScript einmal öffnen, um das dir auch zu zeigen. VoxScript war hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt zusammen oder auseinander geschrieben wurde. Ah, hier siehst du es auch. Hier hast du 50.000 und hier hast du VoxScript, aber beachte die Schreibweise. Hier hast du dann mit einem großen S, aber auch zusammengeschrieben, mit 800. Aber genau das gleiche Bild, wirklich. Also, größtenteils so, wie es aussieht. Vielleicht ein paar Unterschiede, aber nichtsdestotrotz, so auf den ersten Blick für den Line sieht das Ganze gleich aus. Was mir nicht so gut bei den GPTs gefällt, was aber auch wiederum Chance ist. Also, ich vergleiche die GPTs gerne mit dem damaligen App Store oder jetzt auch schon den App Store von Apple, weil es gibt mittlerweile 434.000 GPTs. Und das ist eine Menge. Schön finde ich, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, sich persönliche GPTs zu entwickeln. Es gab halt eine Zeit lang oder gibt es auch noch. So, hier unten, wenn du hier drauf schaust, kannst du Customized Chat GPT machen. So, und dann kannst du ihm beispielsweise sagen, wie er sich die ganze Zeit zu verhalten hat. Ja, und dann kannst du das irgendwie für neue Chats aktivieren. Problem ist halt nur, auch dort musst du dann wieder wechseln, das wieder an- und ausschalten und es ist halt ziemlich begrenzt. Das hast du jetzt nicht mehr, da du selber, was wirklich sehr einfach ist, dir deine eigenen GPTs erstellen kannst. Also, auch viel besser als beispielsweise eine App, die heutzutage vielleicht auch nicht mehr so kompliziert ist, aber trotz all dem auch nicht so einfach beispielsweise in den App Store oder irgendwie zukommen ist. Und damals auch eine riesige Hürde war einfach eine App beispielsweise zu programmieren, alleine irgendwie ohne Programmierkenntnisse. Also, das denke ich, ist ein Riesensprung, weil so jetzt quasi jeder zum GPT-Entwickler werden kann. Aber, wie ich ja schon sagte, gibt es natürlich das Problem der hunderttausenden GPTs. Und hier finde ich schade, also einerseits, mir ist klar, dass man jetzt nicht irgendwie 400.000 durchblättern kann, aber ich hätte schon irgendwie gerne noch eine bessere oder noch eine andere Übersicht gehabt oder noch mehr Kategorien dann natürlich, wenn ich das Ganze habe. Weil, wenn ich das hier jetzt schaue, habe ich dann beispielsweise, die gerade hier gefeatured werden, dann welche beispielsweise Trenden, also welche gerade extrem nachgefragt sind. Dann hast du hier welche, die das Team von ChatGPT selber kreiert hat. Also, die sind natürlich auch immer empfehlenswert, weil die natürlich auch sehr gut mit ChatGPT zusammenarbeiten und auch funktionieren. Können wir ja auch nochmal schauen, wenn du auf Team More gehst, dann siehst du das Ganze auch nochmal. Hier hast du zum Beispiel ein ChatGPT Classic. Hier hast du einen Webbrowser, hier hast du einen Verhandler beispielsweise. Beispielsweise, hier hast du ein GameTimeGPT, also du siehst auch, das Team dort hat mit verschiedenen Dingen, sag ich mal, ausprobiert, aber du hast natürlich auch ein DALI, also Bilder zu generieren dort und das komischerweise dann auch nämlich näher in dem Chat teilweise nur noch, wo dann schon DALI eigentlich integriert ist, sondern dann über einen eigenen GPT. Aber hier besteht natürlich die Herausforderung einerseits der Qualität, also für mich ist Quantität auch nicht alles, sondern es soll schon eine gewisse Qualität vorherrschen. Das heißt auch, es müsste später eine Überprüfung geben der schlecht bewerteten oder eine Art Meldefunktion. Also es müsste später wirklich eine Art Moderation und Qualitätsmanagement dort stattfinden, um gleich während irgendwie eine hohe Qualität dann zu bieten. Andererseits müsste es auch irgendwie eine Möglichkeit geben, über verschiedene, wie ich ja sagte, Filter oder andere Möglichkeiten, auch mehrere GPTs natürlich noch kennenzulernen und zu entdecken und auch für seine eigenen, sag ich mal, Anforderungen beispielsweise zu entdecken. Und da reicht mir hier die Suchspalte an sich alleine nicht aus. Ich habe zum Beispiel auch nach einigen Begriffen gesucht, wo ich wusste, es gibt ein GPT dazu. Der wurde mir hier aber nicht angezeigt, aber letztendlich ist es dann vielleicht auch schon einer, der häufiger genutzt wurde. Also auch hier die Frage natürlich, wonach geht der Algorithmus, welche dann wirklich angezeigt werden und welche nicht. Und dort müsste man dann unterscheiden. Und du siehst ja hier schon, du hast ja hier verschiedene Spalten, wie natürlich Education als Bildung oder Lifestyle. Und du kannst hier oben auch direkt dann beispielsweise reingehen. So, und dann siehst du auch zum Beispiel deine eigenen erstellten GPTs und hier oben kannst du dann einen erstellen. Und du hast dann auch die Möglichkeit, deine GPTs, also die du aktuell nutzt, gerade hier drin, beispielsweise, die kannst du auch in der Sidebar drin behalten hier beispielsweise oder die auch hier wieder rausschmeißen. Also es sind auch immer nur zwei im Moment gerade aktuell, die ich hier wirklich drin sehe. Bloß, wie gesagt, über die Chats hier kannst du das Ganze natürlich auch machen. Dass du dir, hier habe ich zum Beispiel einen iterativen Prompt Generator benutzt, dass du dir hier das Ganze anzeigen kannst. Und was ich nämlich dann gut finde, ist, du kannst das Ganze dann nämlich auch renamen, also umbenennen. Und das nutze ich dann auch, um das Ganze dann beispielsweise dort auch einmal den GPT einzutragen, dass ich zum Beispiel schreibe Prompt Generator GPT oder Prompt Generator GPT und dann vielleicht noch ein kurzes Stichwort. Und so weiß ich dann immer gleich, ah, okay, alles klar, das war der GPT, den ich schon bereits benutzt hatte und diesen Chat kann ich dann dort weiterführen. Also ich sehe schon extrem große Vorteile auch in der Zukunft von GPT, wo natürlich die Gefahr liegt, der wirklich der Überschwemmung, dass es einfach viel zu viele GPTs dann nachher gibt. Auch viele, die natürlich dann teilweise das Gleiche machen, also die sich dann irgendwie eher nicht wirklich ergänzen, sondern eigentlich, du hast dort manchmal gar keinen wirklichen Mehrwert, wenn du den anderen beispielsweise benutzen würdest. Und darin sehe ich dann halt wirklich die Gefahren. Also man muss dann auch abwägen. Wichtig ist für dich, dass bei jedem GPT, den du auch installierst, ich kann das ja auch nochmal einmal ganz kurz zeigen, was zum Beispiel auch nochmal wichtig ist, gehen wir mal auf ein GPT noch einmal und sagen dann zum Beispiel, nehmen wir mal hier oben ein, Book Creator, Sam Mrs. Penn beispielsweise, gehen wir hier mal drauf, so und dann sage ich, okay, hier siehst du das, welche Kategorie, Writing, 50.000 Kompositionen, 4,3 Ratings und dann kannst du hier sagen, Start Chat. Dann siehst du hier einmal, wer das Ganze erstellt hat. Dann siehst du noch zum Beispiel LinkedIn, GitHub und X, also vormals Twitter siehst du hier dann auch beispielsweise und du hast zum Beispiel dann auch den hier, da siehst du auch, wer das Ganze gemacht hat. Und hier ist nämlich interessant, du siehst hier, das habe ich bei dem anderen eben nicht gesehen und das müsste man nochmal hinterfragen, hier siehst du ein Symbol, wenn du da drüber hoverst, mit der Maus siehst du, dass der Ersteller dieses GPTs nicht deine Konversation sieht. Also er kann diese nicht auswerten oder nutzen. In diesem Sinne, das habe ich eben bei dem anderen, den ich gerade genutzt habe, nicht hier irgendwie einen Hinweis gelesen. Ich gucke auch nochmal bei diesem hier, ob das genauso ist. Ja, hier ist es genauso. Der Ersteller dieses GPTs kann nicht deine Konversation sehen. Und da solltest du natürlich auch darauf achten, also schau immer, welchen GPT du installierst. Wie gesagt, wir hatten ja eben schon das Negativbeispiel mit den dreisten Fälschungen. Und guck natürlich auch, welche Daten du eingibst und versichere dich noch einmal. Und zur Not arbeite lieber mit Platzhaltern und fülle diese dann später aus, dann durch dich selber. Dass du zum Beispiel auch sagen könntest, hey, pass auf, wenn ich hier jetzt irgendwie Namen, Rechnungsnummern, Adressen oder irgendwas drin habe, dann nehme ich einfach einen Platzhalter dafür und ersetze das dann später bei mir. Das war es von mir. Viel Erfolg beim Ausprobieren und beim Nutzen der GPTs. Ich glaube an deren Zukunft und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Danke für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.